Das, was man im Leben macht in Österreich, wie viel man hier verdient, ob man in die Altersarmut rutscht, ist immer noch eine Frage der Geburtslotterie. Zwei-Klassensystem. So nennen Kritiker das österreichische Schulwesen. In kaum einem anderen EU-Land wird so früh darüber entschieden, welche Kinder höhere Bildungschancen bekommen und welche abgehängt werden. Aber selbst jene, die den erfolgversprechenden Weg einschlagen, haben Zweifel am bestehenden System. Und man hat das Gefühl, man rennt nur an einem Hamsterrad zwölf Jahre lang durchgängig und irgendwie tut sich da nichts. Das österreichische Schulsystem gilt als verstaubt und reformbedürftig. Auch der Lehrkräftemangel macht sich seit Jahren bemerkbar. Aber der anstehende Regierungswechsel bietet auch eine Chance auf Wandel. Diese Bildungserberei, also das ist schon für ein so reiches Land wie Österreich wirklich beschämend. Und darum müsste das ja eigentlich einer der wichtigsten Punkte auf der Agenda sein. Wie kann, wie müsste die neue Regierung das Schulsystem verändern? In unseren Augen ist die Bildungspolitik wirklich eine Politik der Chancen. Also die Chance der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Wenn die Freude dann am Beruf verloren geht, weil einfach das Überlastungsgefühl so groß ist, dann funktioniert Schule nicht mehr. Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria fragen wir, wie ein zeitgemäßes Bildungssystem in Österreich aussehen könnte. Und was passieren müsste, damit alle Kinder die gleichen Chancen bekommen. Bevor wir darüber sprechen, was an den Schulen gut oder schlecht läuft, ganz kurz, wie ist das Schulsystem in Österreich eigentlich aufgebaut? Nun ja, wenn man ein bisschen zurückblickt, dann gehen ja quasi die Anfänge des staatlichen Schulwesens eben auf Maria Theresia zurück, was wir alle in der Schule gelernt haben, auf die Schulreform, die Schulpflicht 1774. Das ist Elisa Tomaselli. Sie verfolgt für den Standard schon lange die Debatten in der Bildungspolitik. Grundsätzlich haben wir hier, ähnlich wie in Deutschland, ein differenziertes Schulsystem. Es gibt nicht eine gemeinsame Gesamtschule, sondern unterschiedliche Schulformen. Und neun Jahre Schulpflicht. Und die Grundsäulen sind heute eben eine vierjährige Volksschule. Danach folgt die Trennung eben in Mittelschule und AHS-Unterstufe. Die Volksschule, das ist sowas wie die Grundschule in Deutschland. Danach wird geteilt die AHS-Unterstufe. Das steht kurz für Allgemein Höherbildende Schule, also das Gymnasium. Führt weiter zur Matura. Sowas wie in Deutschland das Abi. Und der andere Weg wäre eben die Mittelschule und dann Polytechnische und danach mit einer Lehre. Die Mittelschule ist vielleicht am ehesten mit der Hauptschule in Deutschland vergleichbar. Die gab es nämlich auch in Österreich bis vor etwas mehr als zehn Jahren. Sie wurde dann aber von der Mittelschule ersetzt. Die Polytechnische Schule dauert nur ein Jahr. Danach machen die meisten eine Lehre. Es entscheidet sich auf jeden Fall schon nach vier Jahren, ob Schülerinnen und Schüler später mal die Matura machen, was ja dann die Voraussetzung dafür ist, an einer Uni studieren zu können. Viel Wahlfreiheit gibt es da nicht, denn wer aufs Gymnasium will, braucht besonders gute Noten. In Deutschland ist es genauso. Die ersten vier Schuljahre sind ausschlaggebend dafür, welche Chancen im Berufsleben ein Kind später mal hat. Wie steht es jetzt um die Qualität des Schulsystems in Österreich? Ein Kriterium, um das zu messen, wenn auch nicht das einzige, ist das Ergebnis der PISA-Studie, die alle drei Jahre von der OECD durchgeführt wird, also von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Österreich lag beim letzten Test 2022 leicht über dem OECD-Durchschnitt. Deutschland lag etwas darunter. Sehr viel besser schneiden Länder wie Estland, Irland oder Finnland ab. Woran liegt es? Am Geld ganz offensichtlich nicht. Österreich gibt verhältnismäßig mehr für Bildung aus als zum Beispiel Estland oder Finnland. Was Studien allerdings Jahr für Jahr feststellen, in Österreich wird, genau wie in Deutschland, Bildung besonders stark vererbt. Also es gibt kaum ein Land in der EU, in dem der sozioökonomische Hintergrund der Eltern so stark darüber entscheidet, eben wie der Bildungsweg eines Kindes danach aussieht. Der jährlich erscheinende nationale Bildungsbericht hat gezeigt, sogar wenn zwei Kinder aus einer Akademikerfamilie und einer Arbeiterfamilie dieselben Noten haben, ist es wahrscheinlich, dass das Akademikerkind auf dem Gymnasium und das Arbeiterkind in der Mittelschule landet. Das, was man im Leben macht in Österreich, wie viel man hier verdient, ob man in die Altersarmut rutscht, ist immer noch eine Frage der Geburtslotterie. Unsere Kollegin Elisa Tomaselli sieht auch eine klare Ursache dafür, dass diese Lotterie in Österreich und Deutschland besonders stark ausgeprägt ist. Wie bereits erwähnt, ist es ja so, dass Österreich auf ein sehr differenziertes Schulsystem setzt und eben Kinder mit neun Jahren trennt und es neben Österreich und Deutschland kein einziges OECD-Land gibt, das eben Kinder in so einem frühen Alter trennt und in unterschiedliche Schulen schickt. Zahlreiche Expertinnen und Experten weisen darauf hin, dass die frühe Trennung die sozioökonomischen Ungleichheiten zwischen Kindern weiter zementieren. Als zweite Ursache für die fehlende Chancengleichheit sieht unsere Kollegin Elisa Tomaselli, dass es in Österreich verhältnismäßig wenige Ganztagsschulen gibt. Und das bedeutet halt wiederum, dass Bildung ins Private verlagert wird oder halt ausgelagert wird eigentlich. Und über den Lernerfolg entscheidet also dann in Folge, ob Eltern Zeit, Ressourcen, Bücherregale, Bildung, Geld haben, also um den Nachwuchs halt auch zu fördern und zu unterstützen. Insgesamt besucht nur jedes dritte Kind in Österreich eine Ganztagsschule. Und dann gibt es noch etwas, das massiven Einfluss auf die Unterrichtsqualität hat. Vielen Kindern fehlt es an grundlegenden Sprach- und Lesekompetenzen. Das gilt vor allem für Großstädte wie Wien, in denen es in den vergangenen Jahren einen starken Zuzug durch Migration gegeben hat. Da eben das Schulsystem stark auf Differenzierung ausgelegt ist, gibt es eben in Bezirken mit hohen Migrantinnenanteil, Volks, aber halt hauptsächlich auch Mittelschulen, wo fast nur noch Kinder aus finanziell sozial benachteiligten Familien unterrichtet werden, eben mit schlechten Deutschkenntnissen oder keinen Deutschkenntnissen. Jedes zweite Kind in Wien spricht mittlerweile zu Hause eine andere Erstsprache als Deutsch. Das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein. Mehrsprachigkeit ist ja grundsätzlich was Positives. Es zeigt aber, welche besondere Bedeutung die frühe Sprachförderung hat. Von der anderen Perspektive betrachtet ist das natürlich eine Mammutaufgabe, also nicht nur für die Lehrkräfte, auch für die Direktoren und Direktorinnen. Vor allem, weil sich in ihrer Lehrerinnenausbildung diese wandelnde gesellschaftliche Realität mit Blick heben auf Diversität und Umgang mit Mehrsprachigkeit nicht wirklich niedergeschlagen hat. Also das kommt erst jetzt langsam. Zwar wurden in Österreich schon vor Jahren noch unter der türkis-blauen Regierung von Sebastian Kurz sogenannte Deutschförderklassen eingeführt. Das heißt, Kinder mit fehlenden Deutschkenntnissen werden den Großteil der Unterrichtszeit in spezielle Klassen gesteckt, in denen Deutsch gelernt werden soll. Jetzt allerdings Jahre später zeigen doch schon zahlreiche Studien und Erhebungen, dass sie ihrem Namen einfach nicht gerecht werden, weil sie führen in erster Linie demnach eben zu Isolation, zu wenig Sprachkontakt, was wiederum das Erlernen der deutschen Sprache logischerweise erschwert. Die Studien zeigen auch, dass durch die vielen Stunden, die die Kinder in den Deutschförderklassen verbringen, andere Lerninhalte, zum Beispiel Mathematik, oft zu kurz kommen. Die Empfehlungen von Expertinnen und Experten gehen mittlerweile eher in die Richtung, schon vor der Schulzeit mit spezieller Deutschförderung anzusetzen, also im Kindergartenalter. Ein wichtiger Punkt ist dabei sicher auch, dass in Österreich jetzt nur ein Kindergartenjahr verpflichtend ist. Also das könnte man dann natürlich auch noch mitnehmen, dass es einfach vielleicht zwei verpflichtende Kindergartenjahre gibt, wo halt wirklich gezielt geschaut wird, dass Sprachförderung stattfindet im Rahmen des Kindergartensettings. Die Liste an Herausforderungen für das Bildungssystem in Österreich ist also lang. Ein Bericht des Thinktank Agenda Austria gibt den österreichischen Schulen gerade mal die Note befriedigend. In dem Bericht heißt es, die nächste Regierung müsse das Rad nicht neu erfinden, aber sie solle endlich in die Pedale treten. Dass es Reformbedarf gibt, darin sind sich die Expertinnen und Experten einig. Wir wollten in dieser Podcast-Folge aber nicht nur über Schule sprechen, sondern auch vor allem mit denjenigen, die das Thema selbst betrifft. Ja, mein Name ist Mira Langhammer. Ich bin 17 Jahre alt, selbst Schülerin an einer AHS in Krems. Mira Langhammer macht dieses Jahr die Matura und ist Bundesschulsprecherin in der Schülerunion. Also die Schülerunion ist die größte Organisation für Schülerinnen und Schüler in ganz Österreich. Und das ist Vincent Reisner. Er ist 20 Jahre alt und hat die Schule schon abgeschlossen. Ist aber weiterhin Bundesvorsitzender in der Schülerunion. Das ist eine Art Lobbyorganisation, die sich für die Interessen von Schülerinnen und Schülern gegenüber der Politik einsetzt. Wir haben Vincent und Mira in das Studio des Standard in Wien eingeladen, um mit ihnen darüber zu sprechen, wie sich Schule aus ihrer Sicht verändern müsste. Ich glaube, was sich durch alle Schulen so durchzieht oder generell in Österreich eben so Thema ist, ist natürlich, dass der Unterricht sehr von den Lehrpersonen abhängt. Also es kommt sehr darauf an, ob jetzt meine Lehrperson engagiert ist oder eben nicht. Diese Abhängigkeit von der Motivation der Lehrkräfte, sagt Mira, sei in Österreich zu groß. Ich glaube, jede Person, wenn sie an die Schulzeit zurückdenkt und man jetzt fragen würde, hattest du einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin, hat auf jeden Fall jeder eine Person vor Auge. Aber eben auch bei den schlechten, unter Anführungszeichen, Lehrerinnen und Lehrern, die einem vielleicht sogar dann die Motivation am Lernen nehmen. Und das ist einfach unglaublich schade. Um das zu ändern, sagt Mira, könnte man sich zum Beispiel stärker an Finnland orientieren. Ein Land, das bei den PISA-Tests regelmäßig Top-Ergebnisse erzielt. Was bei denen schon besonders gut ist, ist die LehrerInnenausbildung. Also das Studium für PflichtschullehrerInnen, da werden um die 10 Prozent nur genommen. Also vergleichbar bei uns mit eigentlich einer Medizinaufnahme, wo es bei uns natürlich sehr schwierig ist, da in das Studium reinzukommen. Sprich, es werden die Besten genommen. Das genauso in Österreich umzusetzen, wäre wohl vor allem deshalb schwierig, weil es hier schon jetzt einen starken Mangel an Pädagoginnen und Pädagogen gibt. Zu dem Punkt kommen wir noch. Aber grundsätzlich wäre es natürlich ein Ansatz, die LehrerInnenausbildung zu verbessern. Und noch etwas, meint Mira, könnte sich Österreich aus Skandinavien abschauen. In Finnland zum Beispiel ist es so, dass es eine sehr starke Schulautonomie gibt oder im Lokal sehr viel beschlossen wird. Es gibt lokale Lehrpläne quasi. Es wird vom Ministerium aus nur ein Rahmenplan vorgegeben. Und jede Kommune entscheidet dann selbst noch einmal über einen lokalen Lehrplan, wo dann auch quasi an die Voraussetzungen der Umgebung quasi angefasst werden kann, was ich auch einen wunderbaren Ansatz finde. Vincent Reisner, bei dem die Schulzeit ja schon ein paar Jahre zurückliegt, sieht vor allem das Problem, dass viele Schülerinnen und Schüler im Verlauf der Jahre die Motivation verlieren. Und zwar deshalb, weil der Unterricht zu stark als Pflichtveranstaltung konzipiert ist. Also diese typische Situation von, mein Wecker läutet in der Früh um 6 Uhr, ich weiß, ich muss um 8 Uhr in der Schule sein. Und das Motivationslevel könnte vielleicht höher sein dann in dieser Situation. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass viele Schülerinnen und Schüler die Schule als ein relativ starres System wahrnehmen und dass sie nicht wirklich das Gefühl haben, dass sie mit all ihren Facetten und mit ihren Stärken und Interessen dort wirklich so gut ankommen und sich so gut verwirklichen können. Ein starres System, das zu wenig auf die individuellen Interessen der einzelnen Schülerinnen und Schüler eingeht. So beschreiben Vincent und Mira beide die Probleme des Schulsystems. Und man hat das Gefühl, man rennt nur an einem Hamsterrad zwölf Jahre lang durchgängig und irgendwie tut sich da nichts. Und darin sind beide auch die Ursache für die eher mittelmäßigen PISA-Ergebnisse in Österreich. Meiner Meinung nach sollten in der Schule Stärken gestärkt und Schwächen geschwächt werden. Also dort, wo ich Schwierigkeiten habe, dort sollte ich Unterstützung bekommen. Aber gleichzeitig auch dort, wo ich eben Stärken habe und dort, wo meine Interessen liegen. Oft würde sich Schule aber zu sehr auf das konzentrieren, was SchülerInnen eben nicht können, sagt Mira. Für die Schülerunion ist auch das Thema Chancengerechtigkeit sehr wichtig. Also wir sind der Meinung, dass eben jede Schülerin und jeder Schüler auch mit ganz anderen Bedürfnissen und mit einem ganz anderen Background ein Teil des Bildungssystems ist. Und all diese Facetten und all diese Hintergründe sind natürlich richtig. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Aber das, was eben dann die Aufgabe ist, die man sich daraus ableiten lässt, ist, dass man die Schülerinnen und Schüler eben auch zielgerichtet fördert bei den Bereichen, wo sie es nötig haben. Nur wie soll diese zielgerichtete Förderung genau umgesetzt werden? Die Trennung von verschiedenen Schulformen abzuschaffen, das sehen Mira und Vincent beide eher kritisch. Also so wie es derzeit ist mit eben sehr hohen Klassenhöchstzahlen und so weiter, glauben wir nicht, dass es sinnvoll wäre, Gesamtschulen einzuführen, weil einfach dann noch mehr verschiedene Bedürfnisse auf einem Haufen landen würden quasi. Mira hat vor allem die Sorge, dass es für Lehrkräfte noch schwieriger wäre, auf individuelle Stärken und Schwächen einzugehen, wenn Schülerinnen und Schüler mit ganz unterschiedlichen Niveaus gemeinsam in eine Klasse gehen. Andererseits gibt es ja bereits viele Länder in Europa, in denen das Modell der Gesamtschule erfolgreich umgesetzt wird. Unsere Kollegin Elisa Tomaselli argumentiert deshalb, dass sich Österreich daran orientieren und zumindest die frühe Aufteilung im Alter von neun Jahren aufheben sollte. Für zahlreiche Expertinnen kommt diese Trennung einfach zu früh, weil so eben der soziale Hintergrund wesentlich einen Einfluss auf die schulische Leistung hat. Und ich würde sagen, die Gesamtschule wäre ein Ausweg daraus, zumal eben etliche Studien und eben auch Nachbarländer wie Polen oder die skandinavischen Länder auch in Vergangenheit gezeigt haben, dass sie mit der Umstellung gute Ergebnisse erzielt haben und eben diese leistungsstarken Schülerinnen eben keine Nachteile befürchten mussten oder zu spüren bekamen, sondern eher davon profitieren konnten. Vielleicht liegt der Knackpunkt aber auch gar nicht grundsätzlich bei der Frage, Gesamtschule ja oder nein. Es gibt in anderen Ländern positive Beispiele von Gesamtschulen. Allerdings muss man schon dazu sagen, dass dort eben viele verschiedene Punkte anders funktionieren. Und wenn man diese nicht in Österreich ändert, dann glaube ich, dass wenn wir dann jetzt eine Gesamtschule einführen würden, dass das auf keinen Fall eine Verbesserung des Schulalltags oder der Qualität der Bildung darstellen würde. Wofür sich die Schülerunion ausspricht, das ist, mehr Ganztagsschulen in Österreich einzuführen. Damit alle Schülerinnen und Schüler die Chance haben, auch nachmittags gut betreut zu werden, unabhängig vom Elternhaus. Und auch die Überlegung, dass natürlich, wenn man eine Ganztagesschule hat, dass es vielleicht auch den Lehrerinnen und Lehrern, den Pädagoginnen und Pädagogen, leichter fällt, auf die Bedürfnisse und auf die Stärken und Schwächen der Einzelpersonen wirklich einzugehen. Also das spricht in meinen Augen stark dafür. Ein anderer Vorschlag der Schülerunion ist die Einführung eines sogenannten Flexzeitensystems. Das heißt, es werden mehrere längere Einheiten gemeinsam unterrichtet. Zwischendurch aber gibt es Zeiten von 45 Minuten, in denen die Schülerinnen und Schülern ihren eigenen Interessen nachgehen können. Man hat die Möglichkeit, dann einen Fußballclub zu besuchen, der eben genau für diese 45 Minuten da ist. oder sich Unterstützung von einer Lehrperson zu holen in einem bestimmten Gegenstand oder man lernt einfach für die Schularbeit, die am nächsten Tag ansteht oder man vertieft sich in einem naturwissenschaftlichen Gebiet oder macht Musik, was man möchte und kann sich so individueller fortbilden. Mira Langhammer meint, das würde den Spaß und die Motivation am Lernen fördern. Sie sieht auch insgesamt Verbesserungspotenzial beim Lehrplan. Unserer Meinung nach gehört zum Beispiel für politische Bildung und Medienkunde ein eigenes Fach her, weil das das Thema der derzeitigen Gesellschaft ist oder auch der nächsten Jahrzehnte, gerade die Medienkunde, weil sich so viel tut mit KI oder mit Social Media und das sind Punkte, die man in der Schule auf jeden Fall lernen muss. Vincent Reisner sagt außerdem, Schule sollte sich noch mehr darauf konzentrieren, Kompetenzen als Wissen zu vermitteln. Weil wir das Gefühl haben, dass durch das Internet und all diese Entwicklungen in den letzten Jahrzehnten eigentlich jeder von uns ein Lexikon mehr oder weniger in der Tasche trägt. Also ich werde in meinem späteren Berufsleben vermutlich in den allermeisten Fällen, wenn ich eine Internetverbindung und irgendein Endgerät habe, werde ich in der Lage sein, eine Information relativ schnell recherchieren zu können. Also wenn ich mit eben diesen Grundkompetenzen aus der Schule gehe, ist es in Wirklichkeit meiner Meinung nach dann auch egal, ob ich mich jetzt noch an die Einzelheiten aus dem Biologieunterricht von vor zwei Jahren erinnern kann und ob ich in fünf Jahren noch den ganzen Stoff kann, den ich für die Matura gelernt habe. Hauptsache man hat eben diese Kompetenzen, die einem auf den Weg gegeben wurden, die behält man sich dann doch und die Wissbegierigkeit. Auch im Bericht der Agenda Austria, über den wir schon gesprochen haben, werden die Lehrpläne an Schulen als zu verstaubt beschrieben. Statt sich einseitig auf die Hauptfächer Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen zu fokussieren, sollten Fächer wie Finanzbildung oder Informatikunterricht verpflichtend eingeführt werden, heißt es da. Es sollten mehr Exkursionen in den Unterricht integriert oder Workshop mit externen DozentInnen durchgeführt werden. Und dann ist da noch das große Thema Digitalisierung, wo Österreich laut ExpertInnen Nachholbedarf hat. Die Liste der Wünsche an die Schulen ist lang, aber lässt sich all das im Unterricht überhaupt durchsetzen? Mein Name ist Isabella Zins. Ich bin Direktorin an einem Oberstufen-Realgymnasium in Niederösterreich am Borg-Mistelbach. Wir wollten für diese Folge natürlich auch die Perspektive der Lehrkräfte hören. Also hat sich Margit mal an ihrer alten Schule umgehört. Isabella Zins ist nicht nur meine ehemalige Schulleiterin, sondern auch Sprecherin der AHS-Direktoren in Österreich. Also gut vernetzt mit allen Kolleginnen und Kollegen und weiß daher auch so quasi, wo der Schuh drückt. Zins beobachtet vor allem, dass sich die Anforderungen an Schulen stark verändern. Wir sind für Bildung zuständig. Wir sind natürlich auch ein Spiegel der Gesellschaft. Das heißt, alles, was da so hineinspielt mit Handyverwendung, einfach die Veränderungen der Gesellschaft, dass eben Kinder weniger lesen, sondern viel mit Digitalität sich beschäftigen, wo wir halt natürlich teilweise mit tun. Aber andererseits die Basics wie Lesen, Leseverständnis, Textverständnis, das sind ja essentielle Dinge, die nach wie vor wichtig sind. Einerseits muss Schule dafür sorgen, dass Kinder nach wie vor die Basics lernen. Andererseits kommen immer neue Inhalte dazu, die Lehrerinnen und Lehrer vermitteln sollen. Aktuelles Beispiel, wir sind gerade dabei, ein Kinderschutzkonzept zu erarbeiten und das soll partizipativ geschehen. Und das ist alles neben dem Unterricht. Also der Unterricht selber ist schon sehr fordernd für Lehrkräfte. Aber alles, was noch so dazukommt, auch jetzt die neue Auseinandersetzung mit dem Thema KI, also ganz viele Themen, die in die Schule hineinspielen. Und auch die vielen Probleme, die ja auch bekannt sind, dass, glaube ich, ein Drittel der Jugendlichen auch mit mentalen Problemen zu kämpfen hat. Das ist natürlich ein Thema, dem müssen wir uns widmen. Das tun wir auch. Das heißt, auch neben dem Unterrichten viel Arbeit, Kontakte mit der Schulpsychologin, Unterstützungsangebote für die Lehrkräfte, viele Gespräche und so weiter. Es steigen also die Belastungen für Lehrkräfte, vor allem aber auch für das Management von Schulen. Weil wir eigentlich kein mittleres Management haben. Das heißt, eine Schulleitung ist verantwortlich für im HS-Bereich 50 bis 100 oder 150 Kolleginnen und Kollegen ohne Zwischenstrukturen. Es sind so viele Aufgaben, die die Schule mittlerweile übernommen hat, die da zu koordinieren sind, dass wirklich das fast nicht mehr machbar ist, das alles im Blick zu haben und alles so gut zu machen, wie man es gerne machen würde. Das führt dazu, dass Lehrkräfte immer mehr Organisations- und Managementaufgaben übernehmen müssen. Das heißt, Kolleginnen aus dem Kollegium, die mal ein bisschen vom Unterricht entlastet, die dann wirklich auch einzelne Aufgaben übernehmen. Ich habe mir so ein System schon irgendwo gebastelt, aber es ist einfach schwierig ohne Ressourcen. Und vor allem leidet der Schulunterricht an solchen Verlagerungen. Ich merke es daran, dass manche wirklich auch reduzieren, keine volle Lehrverpflichtung schaffen oder lieber keine wollen, weil sie es da so gut machen wollen und Angst haben dann, dass es zu viel wird. Und schon jetzt, sagt Isabella Zinz, wirkt sich die Überlastung an einigen Schulen negativ auf den Unterricht aus. Wenn die Freude dann am Beruf verloren geht, weil einfach das Überlastungsgefühl so groß ist, dann funktioniert Schule nicht mehr. Und das ist halt wirklich auch etwas, woran wir Direktoren dann ordentlich zu kämpfen haben. Dass wir schauen, dass alles so quasi gut funktioniert, dass eine gute Stimmung an Bord ist quasi, damit Schule funktioniert. Wir brauchen die Beziehungen zu den Schülern. Und es muss ein gutes Verhältnis sein, sonst kann man ja gar nicht lernen. Die Lücken im Management von Schulen, die sind das eine. Ein großes Problem ist aber auch der allgemeine Lehrkräftemangel. Gerade im Pflichtschulbereich ist eben der Lehrerinnenmangel besonders eklatant. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Einerseits ist es natürlich die Pensionierungswelle, die halt alle Branchen betrifft, also die Pensionierungswelle der Babyboomer. Bis 2030 sollen rund 40.000 Pädagoginnen und Pädagogen in Pension gehen. Das ist etwa ein Drittel der Lehrkräfte. Einen weiteren Grund für den Mangel an Bildungspersonal sieht unsere Kollegin Elisa Tomaselli in der hohen Abbrecherquote im Lehramtsstudium. Und darin, dass immer mehr Lehrkräfte in Teilzeit gehen. Eben, weil die Belastung der Lehrpersonen zunimmt. Wir haben dazu kurz mit Lorenzo Ramani gesprochen. Er war zwei Jahre lang für das Programm Teach for Austria im Einsatz. Das ist ein gemeinnütziges Programm, das Hochschulabsolventinnen befristet in Mittelschulen oder Kindergärten einsetzt. Lorenzo hat uns eine Sprachnachricht von seinen Erfahrungen als Lehrer geschickt. Ich verüble es absolut niemandem, der das Weite vom Bildungssystem sucht. Extrem schlechter Ruf, mittelmäßige Bezahlung und vor allem die soziale, emotionale Belastbarkeit, die einem die letzte Energie raubt. Man sieht jeden Tag so viele traurige Schicksale, die man systemisch wirklich korrigieren könnte. Aber das ist eine Arbeit, die von einer gewissen Ideologie und Liebe geprägt und geleitet wird. Man macht das aus Überzeugung. Man macht es, weil man an Veränderung und Potenziale glaubt. Nicht, weil man das große Geld oder die mordsmäßige Anerkennung möchte. Viele Einzelschicksale, denen zu helfen, die Kapazitäten einzelner Lehrpersonen maßlos übersteigen würde, das berichten viele Pädagoginnen und Aussteiger. Weil immer mehr Lehrkräfte fehlen, wird versucht, anderswo Personal aufzutreiben. Das führt jetzt mittlerweile dazu, dass sogar schon Studierende im zweiten Semester unterrichten und an die Schulen geschickt werden und auch ganz stark um pensionierte Lehrkräfte geworben wird, dass sie doch wieder an die Schulen zurückkommen aus ihrem Ruhestand. Außerdem gibt es spezielle Programme, um Quereinsteiger für den Lehrberuf zu begeistern. Also der Bildungsminister Martin Polaschek hat eben nicht gerade bescheiden die Klasse-Job-Kampagne quasi als größte Lehrkräfte-Offensive der Zweiten Republik propagiert. Wir wollen junge Personen ansprechen. Wir wollen aber auch, und das ist ja noch ganz neu, speziell Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger ansprechen. Gerade Personen aus anderen Professionen, die manchmal auch zusätzlich zu einem anderen Job die Schulen und Klassenzimmer noch bunter machen werden. Mit dieser Kampagne sollten Fachkräfte aus anderen Branchen angeworben werden, die dann eine pädagogische Ausbildung nachholen, während sie schon unterrichten. Bis ins Frühjahr konnten damit immerhin 900 Lehrkräfte rekrutiert werden. Die rund 40.000 Pädagoginnen, die in den nächsten sechs Jahren in Pension gehen, kann man damit aber bei weitem nicht abfedern. Und dazu kommt auch noch, dass das Lehramtsstudium auf fünf Jahre wieder verkürzt wurde. Ob das allerdings helfen wird, jetzt den Lehrerinnenmangel abzufedern, ist fraglich. Also da müsste auf jeden Fall noch an den Arbeitsbedingungen geschraubt werden. Also vor allem weniger Belastung. Auch die Direktorin Isabella Zins setzt sich vor allem dafür ein, dass es mehr Personal an den Schulen gibt. Es soll in Österreich auch ein neuer Beruf entstehen. Also eine pädagogische Ausbildung nach der Matura, die aber kein Studium ist, wo man dann so quasi als Begleitlehrkraft, als Freizeitpädagogin eingesetzt werden kann, als Unterstützung, weil die Lehrkräfte zum Beispiel auch vieles zu organisieren haben, wo man sich denkt, einen Skikurs organisieren oder mit Reisebüros telefonieren und so weiter. Das ist halt nicht unbedingt eine Tätigkeit, die ein Lehrer machen müsste. Also man könnte schon manches auslagern, damit man gerade in Zeiten eines Lehrermangels die Lehrer mehr im Unterricht hat und nicht so sehr mit Verwaltungsaufgaben auch belastet. Wer in Zukunft Bildungspolitik in Österreich macht, das ist noch offen. Derzeit laufen Sondierungsgespräche zwischen der Volkspartei und den Sozialdemokraten. Viele Beobachter vermuten, dass sie danach noch eine dritte Partei ins Boot holen. Was klar ist, Wünsche an die Politik haben sowohl Schüler als auch Pädagogen genug. Also unsere hauptsächlichen Wünsche sind wirklich in der Struktur der Schulen ein mittares Management einzuführen, dass man da eben das nicht alles auf gut will und man bürtet jemandem noch was auf, sondern dass das wirklich wertgeschätzt ist, wenn jemand auch so kleine Führungsaufgaben übernimmt. Also das wäre mal total wichtig. Generell das Supportpersonal zu erhöhen, gibt es Ansätze dazu, die sind sicher trotzdem noch ausbaufähig. Für die AHS-Direktorin Isabella Zinz steht auch der Umgang mit der Digitalisierung ganz oben auf der Agenda. Wirklich unter Einbeziehung der Experten aus den verschiedensten Bereichen, ja, Psychologen, Soziologen, die Studien, die es schon gibt, wirklich zu schauen, wo ist es wirklich gut und sinnvoll einsetzbar und wo müssen wir wirklich schauen, dass das Analoge nicht verloren geht. Also das sind, glaube ich, die großen Zukunftsthemen, Umgang mit künstlicher Intelligenz. Also kein Verteufeln davon, Nützen, aber gleichzeitig schauen, dass nicht wichtige andere Dinge verloren gehen. Und was Zinz insgesamt betont, Reformen sollten gemeinsam mit allen Beteiligten erarbeitet werden. Wirklich die Perspektive der Schüler, der Lehrkräfte, der Direktoren zusammenzulegen, um das System weiterzuentwickeln, weil alles, was von außen nur aufgepfropft wird, das kann nicht ins System reinwandern. Bei der Schülerunion wünscht man sich, dass SchülerInnen über Wissensvermittlung hinaus auf das Leben vorbereitet werden. Vincent Reisner meint zum Beispiel, dass man die Schule viel stärker als Ort nutzen könnte um gesellschaftliche Probleme vorzubeugen. Also in unseren Augen ist die Bildungspolitik wirklich eine Politik der Chancen. Also die Chance, SchülerInnen zu fördern und auch die Chance der SchülerInnen, wenn sie dann sozusagen am Ende ihrer Schulaufbahn stehen, dass man sie auch wirklich zu dem Punkt gebracht hat, dass sie selbstbewusste Mitglieder der Gesellschaft sind, dass sie gebildete Mitglieder der Gesellschaft sind, dass sie etwas mit Werten wie Demokratie anfangen können und so weiter. Immerhin ist die Schule der einzige Ort, wo alle jungen Mitglieder der Gesellschaft einmal im Leben zusammenkommen. Und da haben wir das Gefühl, dass Bildungspolitik im Vergleich zu anderen Bereichen der Politik, also sei das jetzt eine Sozialpolitik oder eine Außenpolitik, was auch immer, dass Bildungspolitik manchmal nicht den allergrößten Stellenwert genießt. Und vielleicht auch, was die Aufmerksamkeit der Medien betrifft, nicht sexy ist im Vergleich zu anderen Bereichen der Politik. Und wir haben den Eindruck, dass Bildungspolitik schon sehr sexy ist und dass Bildungspolitik eben auch als eine Politik der Chancen wahrgenommen werden könnte, was dann möglicherweise auch solche Ergebnisse verbessern würde. Könnte Bildungspolitik in der nächsten Regierung einen höheren Stellenwert bekommen? In den aktuellen Sondierungsgesprächen sieht das eher nicht danach aus, sagt Elisa Tomaselli. Was da schon einmal durchgesickert ist, ist auf jeden Fall, dass das Thema Bildung da noch gar nicht vorkam. Also es scheint, als würde das nicht wirklich auf der Prioritätenliste stehen. Dass noch gar nicht über Bildung gesprochen wurde, könnte allerdings auch daran liegen, dass womöglich weder ÖVP noch SPÖ in der kommenden Regierung das Bildungsministerium übernehmen wollen. Weil ja quasi so in Richtung Regierungsbeteiligung der NEOS auch spekuliert wird, würde es eigentlich schon ziemlich auf der Hand liegen, wenn auch die NEOS deren politisches Steckenpferd einfach die Bildung ist und diese auch glaubhaft vertreten in der Bevölkerung, dass quasi sie dem Bildungsminister oder die Bildungsministerin stellen würden. Die NEOS, das sind die Liberalen in Österreich. Ihnen wird derzeit die größte Chance auf eine Dreierkoalition mit ÖVP und SPÖ zugesprochen. Die Parteichefin Beate Meiner-Reisinger hat auch im vergangenen Wahlkampf voll auf das Thema Bildung gesetzt. Das ist die entscheidende Zukunftsinvestition. Es gibt nämlich nur eine Sache, die teurer ist, als in Bildung zu investieren, nämlich nicht in Bildung zu investieren. Die NEOS fordern zum Beispiel mehr Chancengerechtigkeit durch einen Chancenindex. Das heißt, Schulen sollen mehr Geld bekommen, wenn sie größere Herausforderungen zu stemmen haben. Zum Beispiel mehr SchülerInnen mit Förderbedarf bei der deutschen Sprache. Die liberale Partei will aber auch grundlegend am bestehenden Schulsystem rütteln. Also ein zentraler Reformpunkt der NEOS könnte man als quasi Gesamtschule light bezeichnen. Also die NEOS treten eben für eine verlängerte Volksschule ein. Also das heißt eben statt vier Jahren Volksschule, sechs Jahre Volksschule, ehe die Entscheidung dann fällt, wohin es weitergeht. Die Idee ist allerdings nicht neu. Sogar schon Jörg Haider, damaliger, einstiger FPÖ und dann BZÖ-Chef, hat das schon gefordert und auch viele ÖVP-Landeshauptleute. Aber es ist insofern ein geschickter politischer Schachzug, weil man es quasi als Kompromiss verkaufen könnte. Also zur richtigen Gesamtschule, in der die Positionen ja von ÖVP und SPÖ bekannt und eben festgefahren sind. Die Sozialdemokraten sprechen sich schon seit Jahren für die komplette Abschaffung des getrennten Schulsystems aus. Die Volkspartei will im Gegenteil gar nicht an der Differenzierung rütteln. Eine spätere Trennung nach erst sechs Jahren könnte also ein Kompromiss sein. Allerdings meinen Experten, dass es viel aufwendiger wäre, die Volks- bzw. Grundschule zu verlängern, weil die Schulgebäude gar nicht für mehr Klassen ausgelegt sind. Deshalb wäre es tatsächlich einfacher, gleich eine Gesamtschule für alle einzuführen. Aber auch schon bei der Gesamtschule Light ist die Frage, wie viel Spielraum die Neos hier als kleinster Koalitionspartner haben würden. Das wird sich zeigen. Also es ist schon, würde ich sagen, gewissermaßen unrealistisch, dass sie mit ihren ganzen Forderungen durchkommen. Aber mit den SPÖ hätten die Neos zumindest einen Bildungsverbündeten, weil sie sich da einfach in vielen Fragen zur Bildungspolitik überschneiden. Wie die Neos in Regierungsverantwortung das Thema Bildung tatsächlich angehen, das kann man sich in Wien bereits anschauen. Dort ist seit vier Jahren Christoph Wiederkehr von den Neos Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat. Naja, hört man sich an den Schulen um und unter Lehrkräften und Direktorinnen oder halt gerade auch im Pflichtschulbereich sind da jetzt die großen Reformen noch nicht sonderlich angekommen. Also auch wenn man fairerweise sagen muss, dass Wien überproportional natürlich gefordert war, durch angefangen bei Corona, Aufnahme von Flüchtlingskindern aus der Ukraine, jetzt der Familiennachzug aus Syrien. Also da war Wien sicher stärker gefordert. Aber selbst dort, wo die Neos Ideen umgesetzt haben, scheinen sie bisher nicht wirklich aufzugehen. Auch wenn Wiederkehr einige Projekte quasi in Gang gesetzt hat, wie jetzt auch der Ausbau oder Unterstützung durch administrative Kräfte, was ja auch immer wieder gefordert wird, oder verstärkte Unterstützung von Mittelschulen durch einen Minichancenindex, gehen aber selbst die Schulen, die Anspruch darauf hätten, oft leer aus. Also die hätten eine Lehrkraft mehr bekommen, aber nicht einmal das bekommen sie, weil es eben keine Lehrkräfte gibt oder beziehungsweise diese Schulstandorte nicht attraktive Arbeitsbedingungen bieten. Die Verantwortung dafür sind die Wiener Neos beim Bund und dem Bildungsministerium. Denn, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Verwaltet werden Schulen in Österreich zum Teil von den Bundesländern, zum Teil aber auch vom Bund. Es gibt da eine Art Bund-Länder-Mischbehörde, die Bildungsdirektion. Und da kommt es öfter mal vor, dass die Aufgabenverteilung nicht ganz eindeutig ist oder sich die Verantwortung gegenseitig zugeschoben wird. Stichwort Zersplitterung, weil eben der Bund da der große Reformblockierer ist und eben zu wenig Mittel zur Verfügung stellt, jetzt gerade für geforderte Mittelschulen und für den Pflichtschulbereich. Also würden sie tatsächlich das Bildungsministerium übernehmen, würde ihnen jedenfalls dieser Sündenbock wegfallen und sie könnten zeigen, was quasi hinter ihren Reformideen da steckt und ob sie es besser machen würden. Schulen, die aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklungen immer mehr Aufgaben aufgehalst bekommen. Pädagogen, die ausbrennen, Schülerinnen, deren Bildungsbiografie man wegen ihres sozioökonomischen Hintergrunds schon von Schuleintritt an erahnen kann. Die Baustellen im Bildungssystem sind groß. Wer auch immer demnächst die Bildungsagenten im Land übernimmt, hat also einiges zu tun. Schulen können nicht alles richten und Lehrkräfte können nicht alles richten. Sie können nicht die ganzen gesellschaftlichen Probleme beseitigen, sondern das kann ja nur in einem Zusammenspiel gehen von mehreren Akteurinnen und darum müsste das ja eigentlich einer der wichtigsten Punkte auf der Agenda sein, auch einer neuen Regierung. Am Ende wird entscheidend sein, welchen Stellenwert die Bildungspolitik in der neuen Regierung einnimmt. Ob das Thema Schule ein zentraler Baustein im zukünftigen Regierungsprogramm sein wird oder mal wieder bloß eine Randnotiz. Und gerade in einem Land wie Österreich, dessen Wirtschaftsleistung vom Beitrag jedes Einzelnen abhängt, würde die Investition in Bildung den Wohlstand aller fördern. Und nochmal der Hinweis, wenn Sie uns live auf der Bühne erleben wollen, dann können Sie das am 23. November tun auf der BuchWien. Alle Infos dazu finden Sie auch in den Shownotes. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen lang das Angebot von SPIEGELPLUS für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Yasemin Yüksel, Scholt Wilhelm und Christoph Neubert. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Wir sagen Tschüss und Baba.